Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir eine neue Figur und zwar Commander Fox. Commander Fox war der Commander, wie es man schon vom Namen kennt, war der Commander der Schocktruppen, der auch bekannt als Coruscant Cards. Das kann man erkennen an seiner roten Rüstung. Er hat so eine rote Rüstung. Das rote Visier habe ich ihm selber, ich habe einfach ein normales Visier genommen und es gefärbt. Das ist eine Fake-Figur von AliExpress. Und ja, heute erzähle ich was über ihn. Es ist halt über die Figur. Commander Fox hatte zwei DC-17 Blasterpistolen. Und die haben wir auch in Lego umgesetzt bekommen. In manchen Episoden von Clone Wars trägt er ein Visor, in manchen ein Rangefinder. Ich habe ihn mit einem Visor ausgestattet. Warum auch immer. Wir haben auch eine Karma, all das Teil, das die Beine schützt. Auf Bricklink kostet die Figur neu 45 Euro. Auf AliExpress 60 bis 50 Cent. Maximal 1 Euro, wenn man jetzt einen schlechten Deal erwischt hat. Das ist schon ein Unterschied. Allerdings merkt man, dass das Plastik bei der Fake-Figur etwas billiger ist. Und der Print an manchen Stellen am Helm gleich etwas heller ist. Ja, es ist nicht optimal. Allerdings, jetzt mal ehrlich. 60 bis 50 Cent. Das ist wenig. Das ist echt wenig für so eine Figur. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, welche Figur ihr als nächstes sehen wollt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.